R E W R M S I D BUSCHI Ja Leute was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunder wunder wunderschönen Video Und heute werde ich den lieben Epics dann Die Kölner Dome ein bisschen präsentieren Das Problem ist ja du kannst ja nicht nach Köln kommen Weil du kein Geld für das Zuticket hast Du hast auch keine Beine und so weiter und so fort Also in Minecraft hat er sie Leute Aber ich glaube dass die Leute dich auch mit deiner Heraushängenden Zunge nicht über mit Ja das stimmt Schau mal hier also das ist der Kölner Dome Ich hab jetzt ne Minecraft Web runtergeladen Ich dachte einfach dass ich dir hier ein bisschen Köln zeigen kann Vielleicht hast du ja irgendwann wirklich mal Lust drum zu kommen Das stimmt das ist echt sehr sehr nett Warte mal hörst du das? Was ist das denn? Warum ist das Wasser hier grün? Ich weiß es nicht Okay das ist der Kölner Dome Warte mal hörst du das auch? Ja was ist das? Oh mein Gott was passiert da? Gott der Krasowitsch Oh mein Gott Wir machen ganz schnell Oh mein Gott ich glaube wir müssen heute Kölner Dome doch verteidigen Oh ja ja Mit dem Sightseeing mit dem Togo Ding das machen wir anders okay? Okay okay Schau mal hier wir haben hier Explosive Devices Charges die können wir in die Ecke packen Dann können wir sagen Delay machen wir mal hier auf 10 Sekunden Oh Gott ich hab schon gesprengt Oh Gott oh Gott vorsichtig Oh mein Gott okay Nur um zu demonstrieren wie stark das Ding ist nur mal um zu gucken ob eventuell Oh Gott der Oh okay Das ging tatsächlich Okay pass auf dann würde ich sagen wir machen hier vorne folgendes hin Wir machen hier überall welche hin Mach die Länge überall auf 5 Okay Schau mal schau mal ich hab da gesetzt Oh Gott Oh Gott okay warte mal ganz noch Leute ich leg mich mal ganz noch schlafen das hier wieder Oh jetzt ist ja urplötzlich Tag geworden Leute Wie ist das denn passiert man? Okay Bist du so weit bist du so weit pass auf Ich bin bereit ja Ich würde sagen ich würde sagen wir Kann man die auch auslösen die man einfach drauf schießt? Ne geht nicht oder? Nein 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 Okay gut wir finden wir finden eine Lösung wir finden eine Lösung Pass mal auf lad schon mal deine Waffen durch Deinen Flammenwerfer und so weiter und so fort Und ich würde sagen wir wir schauen jetzt einfach mal Vielleicht lassen die auch mit sich reden ich meine Wir können ja mal einfach Oh mein Gott was passiert da vorne Das ist Oh Gott die kommt gerade frisch von der Schöner-Truppe Achtung Oh oh pass auf pass auf Die Teile werden gerade noch vom Chirurgen zusammengesetzt Ja 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 Oh mein Gott Das sind so viele Soll ich mal hier vorne auf den Ja Oh kommt die zu Warte warte ich soll mal ganz kurz gucken hier Ja Hallo Oh 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 Weg mit euch Geht weg Oh Verteidigt den Dom Verteidigt den Dom Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Sie drehen wieder um Sie drehen wieder um Sie drehen wieder um Sie drehen wieder um Oh pass auf Ich renne jetzt einmal rein Wir müssen sie in den Dom locken Okay 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 1 2 3 G Ronimo Oh Gott Oh Ich muss sie alle holen Ich muss sie alle holen Sie müssen alle mitkommen Wir müssen sie alle in den Dom reinbringen Oh Ich Hilfe Hilfe Ich bin hier in der Ecke Nein Nein sie sind runter gefallen Oh Oh Okay Warte ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Wo bist du denn hin? Ich bin hier vorne alles gut Ich bin hier vorne direkt bei den Elefanten Die immer neben dem Dom stehen Das ist alles ganz normal Weg mit euch Okay Hinter mir ist unsere große Oh Gott Ich hab sie alle hinter mir Okay sehr gut Sie müssen alle hochkommen Sie müssen alle hochkommen Kommt los Kommt ihr wollt doch auch in den Kölner Dom rein Ich kenn euch doch Los ihr Dummen Ah Oh mein Ah Okay ich muss Weg mit euch Ah Verteidigt den Dom Komm Ich nehm meine Kettensäge Ich säg sie auseinander Oh Oh mein Gott Oh 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 Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Flammenwerfer Wir müssen hier vorne den ersten Stoßtrupp muss ich beseitigen Wenn wir den weg haben Wenn wir den weg haben können wir Warte ich hab ne Idee Warte ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich muss dieses Ah Ah Wir sind hier überall Hier überall Oh Gott Ich hab hier überall Sprengladung gezündet Ich schieß drauf Oh Gott Sterbt Alle Bam Oh Gott Sie sterben Sie sterben Sehr gut Kettensäge Die sind alle da unten drin Okay Draufschießen Oh Nein Ich bin auch da unten drin Oh Nein Nein Katja Lasst ab von mir Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Wir werden die Domen niemals gegen Ey ich glaube ich so viel erzählen Nein 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 Lass Nicht in Ruhe Ich muss die auseinander senken Oh Gott ich weiß nicht ob ich das überlebe Sterbt Ich versuch's Ich versuch's Oh mein Gott Wir müssen gleich noch die großen Ich verbrenne Nein ich verbrenne Nein 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 Rette mich Rette den Dom Alles für den Dom Alles für den Dom Alles für den Dom Nein Oh Gott ich schaff's Ich schaff's Oh Oh sie sind auch rausgekommen Oh Gott Flammenwerfer Oh Gott oh Gott oh Gott Okay 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 Alles gut Alles gut Die holen wir gleich Sniperwaffen Sniperwaffen Oh mein Gott hier vorne sind die großen Katja's Hier vorne sind die großen Katja's Warte ich hab ja noch ne ziemlich besondere Waffe Ich hab ja noch ne ganz besondere Waffe Ich hab ja noch ne ganz besondere Waffe für die Babys Achtung Oh Oh Das ist nice Fresst das ihr Affen Hört auf mit eurem Sexismus Die Jungs Oh mein Gott ich bin am Dom gespawnt Ich bin oben Ich bin literally auf dem Dom drauf Okay warte Ich komm ganz kurz zu dir Ich komm ganz kurz zu dir Okay wir kriegen das hin Wir kriegen das hin Ja 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 Aber es leben noch so viele und guck mal die großen dahin Achtung Aber ganz normal sind diese Raketen nicht mein Freund Ja 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 Oh 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 ja Die machen schon ordentlich Damage Die machen schon ordentlich Damage Oh mein Gott Ich würde da hinten die zwei noch weg So die hab ich Das ist geisteskrank Okay Ja 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 Okay wenn wir die hier vorne haben Wenn wir die hier vorne haben Müssen wir uns eine neue Taktik überlegen Das ist nicht was du mich da Okay weg mit dir Ich will sie auseinander sägen Aaaaah verbrennen Ja 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 Das Problem ist Wir haben nicht mal ansatzweise alle besiegt Und du weißt ganz genau Du weißt ganz genau was Katja vor hat Sie will den Dom einnehmen und da sexuelle Videos drehen Das müssen wir verhindern okay Ja ja auf jeden Fall Das müssen wir verhindern Dementsprechend oh mein Gott das sind zu viele Das sind viel zu viele Und guck dir die großen die geben wir auch noch an Okay warte Was hältst du davon wenn wir mal ganz kurz mit einer Nuke Wenigstens einmal ganz kurz reinknallen Nur mal ganz kurz Wir können ja vielleicht ein bisschen dezimieren Ja 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 Aaaaah Duck Oh Oh Ich mach's noch mal Ich mach's noch mal Mitten rein Stirb Oh Okay 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 Verdammt ich hab keine Nuke-Raketen mehr Hast du noch welche? Oh ich hab noch richtig viele Okay 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 pass auf Lass uns vorsichtig vorgehen mit den Nuke Ja 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 Wir müssen natürlich auch gucken dass das ganze Wasser hier Das ist schon grün wegen den ganzen Nuke Weil sie überall reingekotzt hat Pass auf Oh Ich hab noch eine Rakete hab ich noch Eine Rakete hab ich noch Ich schmeiß dich einfach hin ACH DUNK Hinten die ich hab noch Ich hab noch Okay okay und jetzt setzen wir vorne über die Turrets hin Schießt Ich hoffe das funktioniert Nein Die schießen nicht Nein warum nicht Nein Oh Mann Oh Mann Ich helf dir da drüben Okay 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 Wir müssen die anderen aufhalten Wir müssen die anderen aufhalten Wir dürfen niemals den Kölner Dom einnehmen Nein 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 Warte ich hab eine Selbstproduktion wieder geplant Achtung Ich muss Ich muss an die Sprengladung ran Ich muss an die Sprengladung ran Warte ich hab schlecht Oh eine gute Lass die Sprengladung Lass die Sprengladung müssen zümpfen Die Sprengladung müssen zümpfen Die Sprengladung müssen zümpfen Nein Achtung Katja sterbt Oh Gott Flammenwerfer Der ist sehr effektiv gegen Katja Sie hasst Feuer Sie hasst das Heiße Weil sie selber nicht ist Vorsichtig okay Ich lade meine M4 durch Warte ganz kurz Oh Gott wo ist meine M4 Da ist sie Oh mein Gott ich sterbe hier gerade glaube ich Weg mit euch Raus aus Köln Geht zurück nach Leipzig Oh Gott Oh Gott Das wird echt knapp Das wird verdammt knapp Das wird verdammt knapp Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Und am Ende müssen wir uns um die Großen kümmern Warte ich nutze meinen nuklearen Strahl Stirb Alle Oh ja Oh guck dir das an Guck dir das an Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Wer hätte gedacht dass Katjas Schwachpunkt Schmerzen sind Damit hätte man niemals gerechnet Jetzt hör auf hier rein zu kotzen Es reicht Wir sollten nach Leipzig mit dir Oh nein Es tut mir leid Ich hab dich verbrannt Ich hab das nicht mit Absicht gemacht Oh man Was machen wir jetzt mit den Großen Was machen wir jetzt mit den Großen Wir müssen Warte 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 Es gibt doch bestimmt irgendeine Möglichkeit Dass wir eine krasse Bombe oder sowas zünden können Ja das stimmt Ich hab was gefunden Ich hab was gefunden Oh 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 Gott Schau dir das mal an Ja ich bin gespannt Die Dinger sind verdammt gut Oh Hä Was hältst du davon Das ist richtig gut Raus aus dem Brunnen und hör auf hier rein zu kotzen Oh mein Gott das Wasser hat sich verfärbt bei mir Es ist immer mehr Kotze in dem Brunnen Oh Gott ich sehe es ja Okay 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 pass auf Ich hab ne Idee warte 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 wir dürfen die nicht anlocken Ja 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 Oh ich bin hier unten reingefallen Okay wir machen jetzt eine Todesmission ja Schau hier Ja Wir machen hier vorne über diese Charges hin Einer von uns läuft nach hinten Okay Und holt sie ran okay Okay ich mach das ich mach das okay Okay Lauf rein lauf rein hol sie hol sie Kommt zu mir Lauf Nein Oh jetzt 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 kommt Ja ja Was nein Sie stehen auf dieser eine Bombe drauf Warte das ist perfekt Stell die Radies auf 7 Oh mein Gott jetzt werden sie sterben Jetzt werden sie sterben Komm 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 Sterbt ihr riesen Katjas Und jetzt mit dem Atomstrahl drauf Jaa Okay warte 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 ich hab ne Idee Ich werde einmal mit dem Rocket Launcher drauf schießen Sie haben es nicht anders verdient Katja Das war der letzte Sexprank Ahahaha Ich glaube da unten sind noch welche Versteckt euch nicht Wir haben sich versucht unter Köln zu verstecken Aber ich kenne diese Stadt fester als meine Westentasche Oh mein Gott Wir haben es geschafft den Domvorplatz zu retten Echt geschafft Und den natürlichen Wald dahinter auch Schau ihn dir an Jaa Den wunderschönen Wald Leute wir haben den Kölner Dom gerettet Vor Katja Krasavits Ist das nicht ein geiles Video mann Leute wenn ihr mehr davon sehen wollt Lasst auf jeden Fall gerne Daumen nach oben Da schaut definitiv bei Epic Sun vorbei Da sind wir nämlich von einem Donutsunami weggeflogen meine Freunde Oh ja Und ich würde sagen Ähm Leute das war's für dieses wunderschönen Video Macht's gut Haut da rein Bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Tschüss